Moin, liebe Leute! Ja, wir haben uns hier unter strengen Corona-Vorschriften getroffen und spielen jetzt ein Spiel, also ein Trinkspiel, das heißt klatschen. Ich schätze mal wird heftig, ich kenne es ja nicht, aber bitte denkt dran, Alkoholschutzgesetz, ab 18 erst und und und. Also ihr werdet euch wundern, wenn wir das hier gleich spielen, also ich kenne ja nichts davon und ich habe mich ja wieder überlegen lassen, das mitzumachen. Also ich ahne Böses. Meine Gegner bei diesem Spiel sind Björn, Wilke und René. So liebe Leute, wie ihr seht, alles Corona-Komfort, Lexiglas. Komfort, alles Corona-Komfort. 1,50 Meter auseinander, das läuft. Also das Spiel beginnt, bitte die Regeln. So, wir haben nur drei Grundregeln und zwar erstens, es darf nicht das Wort trinken, getrunken, trinkst und so weiter genannt werden. Es heißt immer klatschen, also wir klatschen heute. Ganz wichtig, Regel Nummer eins. Regel Nummer zwei, es muss immer mit der linken Hand geklatscht werden. Die dritte, es darf nicht geflucht werden. Sollte man gegen eine dieser Regeln verstoßen, muss man einen klatschen. Das war's. So, das Spiel beginnt, ich fange an. Du musst klatschen. Such dir ein beliebiges Wort aus, auf welches nun der Reihe nach gereimt werden muss. Wer innerhalb von zehn Sekunden keinen neuen Reihen mehr weiß, einen Fehler macht oder ein Wort wiederholt, muss klatschen. guck mal. Wir. Wir, vier. Wir. Stier. Der. Wir. 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 Dire. Wir. klatschglas wenn diese karte einer der ersten drei gezogenen klatschglas karten ist dann darfst du eine beliebige menge von deinem glas in das klatschgas glas gießen und du kommst immer wieder billig von dem pferd sollte diese karte jedoch die vierte und somit letzte sein dann muss das ganze glas du hast nicht aufgepasst das trinken gesagt dein linker nachbar muss klatschen ich bin ja ein kollege klatsch 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 oder ein rechter nachbar muss klatschen klatsch geschenk vergib einen klatscher an einem deiner mitspieler die teile drei klatsch und ein mitspieler das ist aber ein kreiserei René, Wilke gib dir selber ein wer jetzt? René und Wilke erstmal so Wilke nochmal die gehen der im Eichstrich sucht dich ein beliebiges Wort aus auf welches nur in der Reihe nach der Reihenfolge ja hört man auf, das kennst du doch so ähm Trapez 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 Bez Was ist denn Bez? Trinchen Bez Klatsch Bez Das ist ein Nachhinein Aber das ist hier Alka Pro 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 2 Das mach ich noch voll Das ist deine Runde, Udo Das ist dein Spiel Dann sei dir Pies Klatschglas zum dritten Mal gezogen heißt, ich hab jedes Mal mein Getränk Ah Ja, das geht grad noch Geht grad noch in das Glas gekippt Mal Warum? Das sieht genauso wie bei mir aus Nee Wer hat das Wort gesagt? Nee Eigentlich ja Nee, hab ich nicht Doch Nee Geh Und dann klatsch Äußersther Geh, klatsch das du Nein Leider wenn er die Aber er hat ja Nein Er hat im Krieg Doch gleich Er hat nicht der Fall Nee, nee Jawohl Jawohl Du hast ja auch den Wort gesagt Jawohl Nein, Udo Nein, Udo Nein, du auch Nein, nein, du auch Du hast geflucht Das ist eine Regel, Udo Nee Du hast geflucht Du hast geflucht Nee, dann musst du auch fair sein Ja Los Klatschthema Suche dir ein Thema aus und beginne eine Aufzählung Verein in der Bundesliga Okay Ja, Udo, fang mal mit Säugetänen an Das ist doch richtig Bayern München Rehm Höll W fa他說 Mit Hamburg jetzt auch noch Moment Nee Nee Hey, nee Okay, René Wir haben uns das Ohr gepackt Klatsche Alter Klatschgeschenke Verteile drei Klatscher unter deinen Mitspielern Du darfst auch alle drei Klatschern ein verteilen Hey Ja, Wilken kriegt auf jeden Fall ein Warum immer ich? Alter, du Scheiße! Dann ist Fairplay, dann Gulo und du mal rein. Du weißt, dass du jetzt... Ihr beide haben Krieg mit mir bekommen. Und den Krieg, den hast du auch verdient. Bei dir und Bienchen, das ist heute eine Casanova-Nacht. Bin so ein kleiner Casanova und ich bleib bei dir. Bin so ein kleiner Casanova und ich bleib bei dir. Klatschkampf. Spiele Schere, Stein, Papier gegen einen beliebigen Mitspieler. Der Verlierer muss klatschen. Nee! Wann heißt das jetzt noch? Schere, Stein, Papier. Ich hab gewonnen. Wieso? Ich krieg hier ne Krise. Ich klatsch den gleich ein. Das Klatsch hat keinen Beifall mehr. Klatsch. Klatsch. Klatschmeister. Du bist der Klatschmeister. Wenn ein Mitspieler auf deine Fragen antwortet, muss er sofort klatschen. Du bleibst solange Klatschmeister, bis eine neue Klatschmeisterkarte gezogen wird. Die ist fies. Das stimmt. Klatschkampf. Spiele Schere, Steine, Papier. Stein, Papier. Wegen wen? Ja, gegen wen wohl? Hier. So. Komm. Warte, warte, warte. Fertig? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Papier. Hast du gewonnen? Jetzt. Jetzt. Hahahaha. Du bist... Du bist so... Wieso, bleib ich das nicht. Du bist doch Klatschmeister, du darfst nicht auf meine Frage antworten. Du bist... Raaah. Und noch ein. Hahahaha. Du brauchst mir eine Krise. Hey, ich hab ja schon zwei. Du fluchst die ganze Zeit. Stell dir die Flasche hin. Du musst trinken, ne? Nein, ich muss klatschen. Du darfst jetzt auch ein klatschen. Und noch ein. Und noch ein. Bruder, du musst hier klatschen. Du willst mal fluchen, wie so ein Ohrspatz. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Gehts noch? Eins. Du warst am Fluchen. Zwei. Was ist Udo denn? Ist das noch lecker? Schmeckt wie Honig. Ich will einfach nur nicht der Nächste sein. Du hast gerade auf meine Frage geantwortet. Noch zwei? Nee, zwei. Drei hast du jetzt erst getrunken. Das ist ein Finger. Ich darf nicht fluchen. Der Herr sagte, gehe durchs Licht. Das ist der letzte mein Freund. Das ist der letzte mein Freund, dann haben wir fast gleich statt. Ja. Geflucht. Direkt ein hinterher. Das Böse ist wohl. Na sicher. Klatschmeister. Du bist der Klatschmeister. Wenn ein Mitspieler auf deine Fragen antwortet, muss er sofort klatschen. Klatschgeschenk. Vergib einen Klatscher. An einen deiner Mitspieler. Du hast recht. Der kann nicht mehr als du nicht sein. Warum liest du mir denn jetzt ein? Du hast es groß und mächtig. Und ein Klatsch. Klatsch, Klatsch, Klatsch. Klatsch, Klatsch, Klatsch. Klatsch, Klatsch, Klatsch. Klatsch, 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 Klatsch. Ich bin jetzt der Klatschmeister. Jetzt geht's ab. Du bist dran. Jetzt sing ich. Kleines Püppchen. Großes Püppchen. Mach weiter. Findest du das nicht gut? So weiter geht's. Vordere einen beliebigen Mitspieler zum Klatschduell heraus. Schaut euch gegenseitig an und versucht euch mit witzigen oder lustigen Gemassen zum Lachen zu bringen. Wer zuerst lacht oder wegschaut, muss klatschen. Nimm mich nicht. Ich bin bei dir beide. Du bist so ein lieber Klatscher. Kinder, hör auf. Ich klatsch gleich alles zusammen. Weißt du, wer der letzte war? Ich hab noch nie jemanden gesehen, der so schlecht... Nee, weil du mir der letzte war. Keine Ahnung, aber ich glaub, ich beantworte einfach mal die Frage. Klatschduell. Fordere einen beliebigen Mitspieler zum Klatschduell heraus. Schaut euch gegenseitig an und versucht euch mit Witzen oder lustigen Gemassen zu hören. Nimm Udo und verliert immer. Nimm Udo und verliert immer. Ich nehm Wilke. Da sagst du jetzt René. Und noch ein. Zwei. René zwei. Und noch ein. Ja und noch ein. Was? Ey. Nee, du mein Wert. René, du mein Wert. Und noch ein. Wieso nimmst du nicht Udo? Wieso hast du jetzt gelacht? Und noch ein. Drei. Weil ich bin der Boss. Klatschen. Du gehst jetzt den stillen Mittelfinger von mir an. Das Gute ist ja... Julia ist gleich zu Ende. Wir müssen dann den Jägermeister oder auch Uso trinken. Nee. Dann ist Schluss. Warte mal. Du hast aus dir eher worden gesagt. Du guckst ja doch zu, Alter. Klatschen. Wenn ich jetzt Udo oder was? René, trinkst du bitte. Ich muss Milchen reinrufieren. Muss ich mir abholen. René, trinkst du bitte. Zum Glück hab ich mir auch eine Herkupplung an der Uhr. René, trinkst du bitte. Würdest du jetzt mal bringen? Ja. War das übrigens seine rechte Hand? Zwei. Netze. So jetzt gut. Warte mal, hast du es denn eine Falsche gehabt? Von mir aus links? Ne, leermachen. Auf jeden Fall sage ich das ja. Leermachen. Warum? Warum? Das ist eine Regel, die habe ich nicht gemalt. Ja, die Antworten. Du hast keine Antworten. Du hast keine Antworten. Genau. Du hast keine Antworten. Ich hab mich den ganzen Abend gewartet. Klatschkoffer. Beginne die Runde des Berückspiels. Ich packe meinen Koffer und nehme mit, der Verlierer muss klatschen. Ich packe meinen Koffer und nehme mit, ein Zylophon, Stimmgerät. Ich nehme jetzt mit, ein Zylophon, Stimmgerät und Wilke. Ich packe meinen Koffer und nehme mit, ein Zylophon, Stimmgerät, Wilke und eine 13-Mann-Polizei-Wache. Ich packe meinen Koffer und nehme mit, ein Zylophon, Stimmgerät, Wilke, eine 13-Mann-Polizei-Wache und Desinfektionsmittel. Ich packe meinen Koffer und nehme mit, ein Zylophon, Stimmgerät, Wilke, eine 13-Mann-Polizei-Wache, Desinfektionsmittel und Styropor-Pakete. Ich packe meinen Koffer, nehme mit, ein Zylophon, Stimmgerät, äh, Wilke, äh, eine Deficitensmittel. Da bist du ein Achtung. Oh, die Zylophon. Das war schon fein. Ich bin die Bestra. Udo. Danke, du musst ein Ringen. Und wow. Klatschen. Und noch einen. Martin. Klatschst du denn den einen? Dann kannst du direkt noch einen mit Udo klatschen, weil der hat mit rechts geklatscht. Ja. Und du hast geflucht. Was haben sich... So, zack, Video auf 18. Und? Ich bin da hier. Ich bin da hier. Da. Da geh ich nicht weinen. Udo. 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 So, nicht, dass du jetzt trinken beginnst. So. Ja, aber du musst dann trotzdem... Wie war genau deine Frage? Udo, wie ist die Erdnünfe? Ich bin Udo. Ich hab dir das erst mal... Bist du da? Ja. Auch drin. Da ist noch mal... Und du auch drin. Verdammt. Sackenlack. Ich hab schon noch drin. Noch rein. So. Nur kurz zur Info. Ich hab die Klatschzone gezogen. Alle müssen klatschen. Aber du bist bei drei, ne? Nein, ey. Und vier. So sind die Regeln. Udo, du brauchst dein Glas gar nicht verstecken. Ich kann nicht mehr klatschen. Ja, das ist aber egal. Du wolltest mitspielen. Du versteckst das der ganze Zeit. F***. Und noch ein. Leute, ganz ehrlich. Das ist ein Klatschspiel. Da klatscht dich schon an der Klatsche. Also wirklich mehr wie Klatsche, Klatsch, Klatsch. Kannst du gar nicht klatschen. Jetzt wird's schwer. Beginne das Alphabet von hinten. Oh Mann. Ja, okay. Z. Y. X. Wie? V. Fuck. X. Klatsch, Klatsch, Kasi, du musst klatschen. Wahrscheinlich eine B***. Und noch eine hinterher. Ich kann das sein, dass wir nur noch am Klatschen sind. Ich glaube, es ist... Ja, und hinterher hier. Linksklatscher. Dein linker Nachbar muss einen klatschen. Oh, danke. Ich klatsch den gleich ein. Oh, klatschen! Rudolf! Ja, das sind zwei Jahre Ausdruck, mein Freund. Leg drei Daten drauf. Der zu dir jetzt bitte hin, der blödschein ist. Ich bin mir nicht sicher, Udo. Was? Bitte jetzt stellen. Stell dir das einfach nicht hin. So, jetzt. Hi. Oh, du willst Eierlikörder so fies, ne? Der ist selbst gemacht. Doppelgebrochen. So. Für alle, liebe. Immer, immer mit uns. Kinder, wir können hier so einen Klatsch mit ihr finden. Der Klatsch gleich, ne? Klatsch! Hör doch mal zu! Hörst du mir zu? Metsu! Udo! Hörst du mir zu? Moro! Feuer! Metsu! Da lade! Hängt einen hinterher für dich. Du hast einen Fluch. Ja. Du magst doch Mamas Eierlikör. Ja genau, am liebsten mag ich 13er-Fort. Ich weiß jetzt, wenn ich... Ich darf nicht auf deine Fragen antworten, Kollege. Warte mal, hat er gerade das Wort mit TR gesagt? Nein! 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 Udo! Du bist dran! Nein, stopp! Let's go! Ich habe nicht gesagt! Du hast das TR-Wort gesagt! Sven, spiel das mal für dich ein! Du darfst mich aufstellen, du musst. André! Sven, er hat das TR-Wort gesagt. Hat er? Hat er! Ich kann nicht mehr! René 4, Udo 1 und zeig her! Leermann! Und René 4! Und ich 1! Das ist... Udo zeigen! Udo hat's gerissen! Udo hat gerissen! René! Und komm, noch 3 Stück! Und du hast noch einen mehr, weil du hast das TR gesagt! Ich hab's gleich... Ich steck mal ein jetzt! Hey, hört auf, ich hab euch das... Klatschen! Ich klatsche euch ein! Udo! Wir haben noch 10 Karten, das schafft ihr! 10 Karten oder noch? Der Birner wird jetzt klatschen weiter... René! Jetzt hängt auf Udo! 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 Du hast doch schon wieder geflucht! Und noch mal 3! Hier! Einen, den ich glaube ich... Hahaha! Ja, warte mal, das macht so keinen Spaß! Ihr trinkt halt auch alle nicht mehr! Ich muss sogar sein trinken und ihr werfen euch! Hey! Hey, seid immer ruhig! Udo! Udo! Wir haben noch so... Boah, noch eins! Wir haben 8 Karten! Und jetzt wird Vollgas gegeben! 8 Karten! Ich weiß, was gleich zählt jetzt hier! Erzähl! Warte, ganz kurz! Was, was gleich zählt jetzt hier? Wenn... ...dass dir ne Salve... ...von Salve ins Gesicht flattert... ...dass das Salve... ...dass es Salve... ...dass es Salve... ...dass es dir ja schon wieder weh tut! Wilken! Wilken! Wilken muss klatschen! Ja, du Scheiße! Okay, alles klar! Udo, dann brauchst du noch raus hier! Udo, wenn das so weiter geht! Udo, zum Blöck haben wir neue Gläser! Udo, zum Blöck haben wir neue Gläser! Dann kommst du in die Hölle! Zieh ihn! Was ist denn die Karte? Daumenklatscher! Leg deinen Daumen im Laufe der nächsten Runde! Wenn du so unauffällig auf den Tisch... ...alle Mitspieler müssen dann auch schnell ihre Daumen... ...ihr wisst, was ich meine! Wir wissen nicht! Das ist der Daumenklatscher! Udo, der ist schon längst fertig! Guck her! Nicht so... Hey, hier wirst du so... Ihr seid so ein Verrückter! Unterhose! Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Sechs... Tuberkulose! Duberkulose! 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 Eins... Hemmungslos! Nein! Niemals! 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 Duberkulose! 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 Alleintrinken! Oh! Tschüss! Groß! Ja, tschüss! So, liebe Leute! Udo! Udo hat jetzt einen kleinen Kahn! Der fährt keinen Kahn, aber er hat einen Kahn! Jetzt hab ich die letzten zwei! Und ich hab so klein... Klein! Ich hab nur klein! Ne, groß! Ich könnte jetzt so ein Konzert geben! So ein Recherch... Wie hat er noch? Alle Recherchel! Liebe Zuschauer! Alkohol unter 18 Jahren ist nicht gut! Wir haben euch jetzt mal gezeigt, was es heißt, wenn du Alkohol trinkst! Lasst es! Bitte! Lasst es weg! Ein schöner Silvesterabend! Es ist eine schwierige Zeit für uns alle! Aber... Haltet euch an die Regeln und wir kriegen Sinn! Prost! Neues Jahr! Und ich wünsche euch alles Gute für 2021! Happy New Year!